Hallo Leute, willkommen zu einem weiteren Live-Chat in diesen stürmischen, wilden, turbulenten Zeiten. Auf jeden Fall einen schönen Abend. Ich bin mir sicher, fast alle von euch werden jetzt zu Hause sein, im Homeoffice oder aufgrund der Ausgangssperren. Hallo Philipp, hallo Klaus, hallo Eugen, hallo Mr. Duel. Also heute ist ja wieder einiges passiert. Und Nummer 1 hat heute sicherlich der europaweite Shutdown jetzt weitgehend begonnen mit der Ausnahme von Schweden und England. Und auch andere Länder beginnen den Shutdown im Mittleren Osten. Russland sperrt die Grenzen, Kanada, Türkei und so weiter. Also es passiert überall. Und der Dow Jones hat, nehmen wir es mal heute, den größten Punkt der Verlust der Geschichte gehabt. Von 3.000 Punkten oder minus 12,5%. Also richtig fulminant. Also man weiß gar nicht mehr, wo man hinschauen soll. Also immer mehr Industrien kommen in Probleme. Wenn man es mal, man spricht davon, dass man wohl zumindest in Europa die Luftfahrt mehr oder weniger gegroundet ist und vielleicht nur noch ein Notprogramm hat. Viele Airlines, darunter Austrian Airlines und die polnische Fluggesellschaft und viele andere Fluggesellschaften haben ihren Flugbetrieb oder stellen ihn in Kürze ein. Auch in Amerika ist schon die Diskussion über ein entsprechendes Grounding. Auch in Amerika werden jetzt Schritt für Schritt Quarantänemaßnahmen verordnet. Das heißt, lokale geschlossen, Veranstaltungen abgesagt, Geschäfte geschlossen. Teilweise wie in San Francisco schon die Maßnahmen wie in Europa. Das heißt, man darf seine eigenen vier Wände nur mehr zum Einkaufen und zum Spazierengehen und Ähnliches verlassen. Also es sind wilde, wilde, wilde Zeiten. Und ich hoffe sehr, sehr, sehr stark, dass ich auch gestern, wo ich immer wieder gesagt habe, mit den Zehenspitzen in die Märkte oder vielleicht mit den Zehen und manche haben dann gesagt 20, 30 Prozent, dass jeder verstanden hat, dass die Zehe ein sehr kleiner Teil des Körpers ist oder auch die Zehenspitzen noch mehr und nicht 20 Prozent des Körpers. Und schon gar nicht, dass manche Leute, wie ich schon wieder gehört habe, auf Leverage und Ähnliches gehen. Und auf jeden Fall, es stehen uns weiterhin sehr turbulente Zeiten bevor. Aber man hat auch eines gesehen nach wie vor, was man nicht unterschätzen darf, was vielleicht jetzt aus der europäischen oder amerikanischen Perspektive nicht so gesehen wird, aber durchaus vorhanden ist, dass in Asien sich die Lage beruhigt. Also heute ist China der lachende Dritte, jetzt überspitzt gesagt, aber jetzt haben wir so vor, haben alle gesagt, ihr dürftet aus China nicht mehr einreisen. Jetzt sagen die Chinesen, ihr dürftet aus Europa und den USA nicht mehr einreisen. Und noch ist es erlaubt, aber das wird jetzt Schritt für Schritt eingeschränkt. Auch in anderen asiatischen Ländern scheint sich die Lage beruhigt zu haben, während eben, nennen wir es mal, die Anzahl der Neuinfektionen in Italien weiterhin um 10 Prozent gestiegen, in Spanien, in Frankreich, in Deutschland, noch in der Schweiz um 20 Prozent. Auch Österreich ist natürlich stark betroffen, wenn gleich etwas schwächer. Ganz arg ist es in der Schweiz verhältnismäßig zur Bevölkerung. Viel besser ist es auch nicht in Holland, in Schweden, in Belgien, in Norwegen und so weiter. Und auf jeden Fall, es wird auf jeden Fall noch turbulent. Aber grundsätzlich stehe ich zu der Meinung, die ich gestern gesagt habe, dass es im Prinzip zwei Szenarien gibt, die natürlich auch an den Märkten sich irgendwann zeigen werden. Zunächst muss man ja jetzt sagen, dass verschiedenste Industrien, nennen wir es mal, vor einem Kollaps stehen und es sicherlich mögliche Bailout-Methoden geben muss, damit man das wieder in Ordnung bringt. Dazu die Flugindustrie, dazu die Hotelindustrie, die Tourismusindustrie, die Automobilindustrie, Teile des Handels, Gastronomie und so weiter. Hier wird es nicht anders gehen, außer mit Bailout. Aber wir haben jetzt trotzdem, nennen wir es mal, ein Experiment vor uns. Und das Experiment besteht aus zwei Teilen Nummer eins. Wie lange dauert die Sache? Also zumindest schätze ich mal sechs bis zehn Wochen. Also ungefähr Ende April, Anfang Mai. Da sieht man auch, wo die Flüge mal storniert sind und ähnliches. Bis dorthin ist mal so der erste Schritt. Und da wird man sehen, ob sich die Inflektionen jetzt eindämmen. Das sollte man in ein bis zwei Wochen mal sehen. Ob das der Fall ist oder nicht. Und das wird man auch in Amerika sehen und so weiter. Das zweite Szenario ist, wie gesagt, dass das nicht der Fall ist, dann wird es schwieriger. Und die zweite Frage ist auch, wie gesagt, ist das in China? Passiert tatsächlich in China? Nennen wir es mal, funktioniert die Recovery und ähnliches. Die Börsen sind dort nicht so stark gefallen, wohlgemerkt. Aber das ist natürlich auch sehr stark staatlich gelenkt und manipuliert. Muss man auch dazu sagen, diesen Zahlen darf man nicht unbedingt hundertprozentig vertrauen. Aber funktioniert dort tatsächlich die Recovery, wie schnell geht sie? Und kommen vielleicht nicht, wenn es einem erstmal eine Liberalisierung des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens gibt, wieder viele neue Ansteckungen. Oder ist die Grippe entsprechend besiegt. Und ich möchte ausdrücklich dazu sagen, wir stehen vor einem Experiment, das scheinbar in China und in einigen asiatischen Ländern relativ gebückt ist und bis jetzt in Italien zu funktionieren scheint, aber es gibt keine Garantie, dass es funktioniert. Und die Annahme, dass es funktioniert, hängt von der folgenden Voraussetzung ab. Nummer eins, dass die Recovery wieder kommt und die wird länger dauern als geplant. Das heißt, wir werden sicherlich eine Rezession oder eine Depression, mittlerweile hat sogar der Donald Trump gesagt, it's fucking bad. Und das heißt schon einiges. Also, wenn der Trump, der das immer weggewischt hat, schon sagt, it's bad, dann heißt, it's fucking fucking bad, Leute. Und die Annahmen sind aber trotz allem, die Finanzmärkte müssen halten und stabil bleiben, die Banken müssen operieren, das Internet muss funktionieren, die Nahrungsmittelproduktion muss funktionieren, die politischen Systeme müssen funktionieren, die Energieversorgung muss funktionieren und das Medizinsystem darf nicht überall zusammenbrechen. Und all das sind Fragezeichen, die niemand weiß. Wenn eine der großen Sachen kippt, sei es die Finanzindustrie, sei es das Internet, sei es die Nahrungsmittelversorgung, sei es politische Systeme, droht uns eine Kettenreaktion wie bei meinem Kernunfall und auch mit den Schäden eines Kernunfalls. Das sage ich ausdrücklich dazu. Also es schaut danach aus, dass das Experiment glücken könnte, aber nobody knows. Und da ich auch sehr viele Fragen bekommen habe, wie funktionieren Bankpleiten, sind ETFs sicher und ähnliches, möchte ich vielleicht jetzt auch mal ein paar Kommentare dazu machen, wenn ihr mal Interesse daran habt. Was passiert tatsächlich? Wie funktionieren solche Dinge? Nicht zu sagen, dass sie unbedingt kommen, aber trotz allem, wie ich schon gestern angedeutet habe, ich würde heute jetzt Brokerkonten eröffnen für den Fall, dass was passiert, dass man sowohl Aktien als auch im Notfall Staatsanleihen kaufen kann. Ich würde empfehlen, etwas Cash physisch abzuheben, vielleicht auch etwas Gold noch zu kaufen, so wie lange all diese Dinge so funktionieren und das Geld auf mehrere Banken streuen, man weiß ja nie, aber jetzt vielleicht mal ein paar Kommentare zu euch, wie funktioniert so etwas? Also grundsätzlich, wenn eine Bank pleite geht, gibt es einen sogenannten Abwickler. Das ist in jedem Land dasselbe, da gibt es jemanden, der die Bank abwickelt. Das ist wie ein Insolvenzverhalt einer Firma. Und dann hat die Bank Vermögenswerte, das sind die Kredite, also die Aktien und Anleihen, die sie am Buch hat, den Cash, den sie am Buch hat, die Beteiligungen, die Immobilien und sonstige Vermögenswerte. Als die Bank besitzt. Und auf der anderen Seite hat die Bank Schulden, das sind nämlich die Einlagen der Kunden primär und vielleicht noch offene Rechnungen und so weiter. Und wenn die Vermögenswerte, was vor allem in Krisenzeiten der Fall ist, weniger sind als die Schulden, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Da kriegen die Leute, die das Geld eingelegt haben, weniger als sie eingelegt haben. Oder alternativ, was auch sein kann, irgendein Staat bezahlt die Rechnung, was in der Vergangenheit der Fall war. Es gibt jetzt aber mittlerweile sogenannte EU-Bailout-Regeln, zumindest für Banken in der EU, dass auch die Gläubiger, also die Leute, die die Einlagen getätigt haben, mit an einem solchen Szenario mitwirken müssen. Und das heißt, dass sie auch im Falle einer Bankbreite etwas verlieren. Der nationale Einlagensicherungsfonds liegt normalerweise bei 100.000 Euro. Je Rechtseinheit, das heißt normalerweise, als du als Person, genauso wie jede Firma, ist eine sogenannte Rechtseinheit. Und der Rest ist dann, sagen wir mal so, Teil des nicht besicherten Teils, der dann im Extremfall auch was verlieren würde. Und wenn du eine Bank beiträgt hast, zwei Themen, Nummer eins, dass dein Geld gesperrt ist, Nummer zwei, dass du vermutlich nicht mehr alles bekommst. Je nachdem, was die Bank für Vermögenswerte hat. Und wenn du beispielsweise bei den deutschen Volks- und Banken und Reichweißenbanken gibst, oder bei den Sparkassen gibt es noch zusätzliche, nennen wir es mal, Ausfallshaftungen und Rettungsschirme und ähnliches, sodass die vielleicht noch zusätzliche Sicherheiten haben, die vielleicht andere Banken nicht haben. Und wieso habe ich immer gesagt, Staatsanleihen, obwohl die negative Renditen haben, ja, das mag sein und das kostet auch was, nur ist es besser, dass du verlierst deine Einlagen und im Falle einer Bankeninsolvenz sind Staatsanleihen sogenannte, oder auch andere Wertpapiere, Sondervermögen, auch ETFs und ähnliches, sodass sie nicht Teil der Insolvenzmasse sind und dadurch, nennen wir es mal, im Falle einer Bankeninsolvenz mal geschützt sind. Und jetzt unabhängig davon, ob die Staatsanleihen werthaltig sind oder die Wertpapiere, das ist was anderes, die können auch im Kurs rauf und runter gehen, aber grundsätzlich das Wertpapier als solches ist nicht Teil der Insolvenzmasse und wird daher vom Abwickler der Bank ausgesondert. Und deshalb auch meine Empfehlung, dies zu machen, falls eine Finanzinstitution oder ähnliches pleite geht. Wie sehe ich jetzt das Szenario? Also an den Börsen, glaube ich, wird es weiterhin sehr volatil sein. Meine Empfehlung gibt, wie gesagt, mit den 10 oder 10 Spitzen hineinzugehen, weil manchmal schon langsam könnten auch einige Aktien bald billig werden, wobei man natürlich jetzt nicht die historischen Gewinne nehmen darf der Aktien, sondern man muss dann sicherlich die Gewinne entsprechend deutlich reduzieren, von heuer und vielleicht auch vom nächsten Jahr. Wenn man das Ganze analysiert, aus vielen Gewinnen werden auch Verluste, bei manchen Firmen wird es auch entsprechende Government-Bailout geben und viele Aktien sind wohlgemerkt noch immer nicht billig, aber zum Beispiel die großen Tech-Aktien, die werden trotzdem über das Ganze überstehen, meiner Meinung nach, zumindest im positiven Szenario und auch viele andere Firmen wird es weiterhin geben und hier könnte man, wenn man es mal so, wenn man monatlich anspart, sicherlich beginnen, gewisse Schnäppchen zu machen und hier bist du natürlich, wie gesagt, auch im Sondervermögen, das heißt hier bist du jetzt, sagen wir es mal so, im Fall einer Bankenpleite, nicht am Risiko. Allerdings, wie gesagt, es kann noch ordentlich runtergehen, weil jetzt natürlich mal beginnend werden, die Sekundäreffekte, also jetzt im Zitat in den USA, da muss ich überlegen, oder wählen, welche Industrien überhaupt Bailout macht, weil jetzt werden sich sehr, sehr viele Industrien zum Bailout anstellen, der Energy-Sektor, der Automobil-Sektor, der Tourismus-Sektor, der Handels-Sektor, der Airline-Sektor, die Hotels, die Gastronomie und, und, und und jetzt kommen laufend mehr dazu, auch die Arbeitslosigkeit mit entsprechend steigen, selbst in China ist ja und zwar nur 5 Millionen Menschen gestiegen, aber in China gibt es natürlich auch Staatsbetriebe, die etwas mal Zwangsbeschäftigungen machen und halt Leuten Jobs geben, obwohl es keine gibt, außerdem, die chinesischen Zahlen sind sicherlich auch diesbezüglich etwas manipuliert, also, auch die Aktienmärkte sind nicht ganz so frei, wie bei uns, aber, das ist so der Punkt, dass man jetzt auch die Sekundäreffekte beginnt zum Sehen, aber die Sekundäreffekte können auch sehr, sehr viel schwerer werden, weil noch niemand so genau weiß, was passiert, aber man kann sich mal ausrechnen, was passiert, wenn mal 6 Wochen Produktion still liegt, wie der Automobilindustrie, was jetzt schon gemacht wird, ja, vielleicht sind es dann auch nicht 6 Wochen, sondern 10 Wochen, wie lange dauert es dann wieder, bis die Produktion ins Rollen kommt, das geht ja auch nicht, jetzt ist es erlaubt, jetzt ist halt alles Vollgas, das dauert oft Monate, ab wann kaufen die Leute wieder, vor allem unter der Voraussetzung, dass sie jetzt geschockt sind, dass die Arbeitslosigkeit steigt, dass die Einkommen sinken, dass die Jobs weniger werden, dass es einmal so, die Party vorbei ist, beispielsweise jetzt ein neues Auto, werden sich so manche Leute nicht mehr kaufen und vieles mehr, das heißt, man muss euch natürlich auch auf die Sekundärrisken hinweisen, ja, das einmal zu den Aktienmärkten, bei den Immobilien wird es sicherlich so sein, also bei Immobilienentwicklern wird es zunehmend eng werden, das dauert zwar ein bisschen länger, aber nicht so sehr, weil natürlich jetzt in so einer Situation bei Parktuchhaus-Arrest überspitzt gesagt wird, kaum jemand eine Wohnung kaufen und da wird es sicherlich Liquiditätsprobleme bei so manchen Entwicklern geben, die Frage ist, ob nachher, wenn die Krise vorbei ist, ob dann nachher die Leute wieder Wohnungen so schnell kaufen zu den überteuerten Preisen, das wird man sehen, ich glaube, das hängt auch davon ab, was sonst an den Finanzmärkten passiert, ob die Banken stabil bleiben und ähnliches und wie die Banken nachher auch überhaupt Kredite vergeben, jetzt wenn die, wenn man mal diese Orkan aus ist, das weiß kein Mensch, aber Immobilienentwickler werden sicherlich Probleme bekommen, ebenso Gewerbeimmobilienbesitzer, wenn du jetzt eine Handelsfläche hast, in Österreich gab es schon einen Anwalt, der hat gesagt, im Fall einer Seuche oder so, können die Händler die Miete aussetzen, es kann auch sein, dass der Staat einfach sagt, okay, ihr müsst die Miete aussetzen, vielleicht auch die Kreditraten werden verschoben wie in Italien, das kann durchaus sein, da halte ich auch für realistisch, weil natürlich Händler können das kaum mehr bezahlen und dort fallen natürlich die Mieten ins Bodenlose, derzeit, weil die Händler einfach pleite gehen, dasselbe gilt natürlich auch noch für Gastronomie, für Hotels und ähnliches, wobei sich Hotels schneller erholen werden, Büromieten sind auch jetzt mal sicherlich, werden deutlich fallen, das passiert in jeder Rezession, also bei Immobilien, vor allem bei Entwicklern, sehe ich durchaus eine sehr turbulente Zeit und turbulente Zeiten bei Entwicklern bedeutet auch, dass man etwas kaufen kann, womöglich, unter der Voraussetzung, dass es den Entwicklern noch gibt, weil wenn der Immobilien Entwickler pleite geht, dann hast du eine Forderung an die Insolvenzmasse, aber das heißt noch lange nicht, dass das Gebäude fertig ist und das kann dich viel, viel Ärger und Kosten verursachen, das heißt, wenn du jemand was abkauft, sollte zumindest der Großteil des Gebäudes stehen, jetzt ob die Wohnung jetzt einen Parkettboden oder schon hat oder die Küche, ist wurscht, das sind Kleinigkeiten, wenn man es richtig günstig bekommt, aber wenn das Gebäude erst in Planung ist und noch nichts gebaut ist und du schon Zahlungen leistest und ähnliches, das könnte im Falle dessen, dass der Entwickler in Schieflage kommt, wenn wir es mal sehr, sehr gefährlich sein. Auf der anderen Seite, wenn du jetzt Bestandsimmobilien billig bekommst, würde ich auch dazu sagen, bitte nur, wenn du entsprechend ausreichend Reserven hast und jetzt geht es so und so nicht in der Abwicklung, weil auch die Notare praktisch zu sind, aber wenn du Reserven hast, ja, aber bitte, du brauchst in solchen Zeiten viele Reserven, Reserven brauchst du einerseits für gute Kaufopportunitäten, die immer billiger werden, vermutlich in solchen Krisensituationen, du brauchst sie für Problemfälle, beispielsweise, wenn du deinen Job verlierst, wenn du dein Unternehmen Geld verliert und eine Nachschusspflicht braucht, wenn du irgendwelche Gesundheitsthemen hast, die du vielleicht teuer lösen musst oder im Notfall irgendwo hinfliegen musst mit Privatschät, was dann auch ein Vermögen kostet oder vielleicht mal teuer essen, Getränke, Security und ähnliches kaufen musst, also in diesem Fall würde ich auf jeden Fall auf jeden Fall Reserven haben, wenn es einen guten Deal gibt und du hast die Reserven, würde ich es sicherlich jetzt nicht ausschließen, aber noch hat er noch da offen, aber rechne damit, dass das jetzt alles, nenn man es mal, nur mehr für Notfälle passiert. Noch haben manche Dinge offen, den Shutdown geht, nämlich immer, temporär auch heute war noch ein paar Resten raus offen, aber rechne damit, dass bei Ende der Woche ganz Europa und größte Teile der USA und viele andere Länder von der Türkei bis Russland bis Kanada bis Australien vermutlich bis in den Mittleren Osten und Dubai und so weiter fast im selben Art von Shutdown sind. Aber noch einmal, sowas kann man schon machen, aber nur, wenn du das aus dem letzten Hemd so ungefähr finanzierst, bitte jetzt das nicht machen, tendenziell werden auch auf die Immobilienmärkte die Sachen eher billiger, Mitteilung, glaube ich, wird es sehr viele sehr günstig geben, die Märkte werden austrocknen und wenn du zukünftig Geld brauchst, wird das nur mehr gehen zu deutlich schwierigeren Bedingungen. Ich wurde jetzt auch immer wieder gefragt von Leuten, vielleicht interessiert euch auch das, wie die Gefahr besteht, was die Staaten jetzt machen, was unser Geld, ob der Euro auseinanderbricht und was das alles bedeutet und ob der Staat Vermögenswerte beschlagnahmen kann und so weiter. Und auch da möchte ich euch vielleicht ein paar Gedanken geben, wenn euch das interessiert. Also grundsätzlich hat der Staat relativ drastische Möglichkeiten in Notsituationen dazu zu gehen, Kriege, Epidemien, Seuchen und Naturkatastrophen sehr umfangreiche Dinge zu machen. Er kann Bürger zur Arbeit einziehen, er kann, wenn wir es mal, Leute ohne Gericht zu fahren, ins Gefängnis stecken, er kann Fahrzeuge beschlagnahmen, Computer beschlagnahmen, Technologie beschlagnahmen, Immobilien beschlagnahmen, Aktien beschlagnahmen, Gold beschlagnahmen, Literatur beschlagnahmen, den Staat im sogenannten Notrecht, wo wir jetzt vermutlich nach verschiedensten Rechtsmeinungen sind, kann relativ drastische Maßnahmen in solchen Situationen setzen. Es ist praktisch überall der Notstand ausgerufen in allen westlichen Staaten praktisch in der einen oder anderen Form. Es heißt noch verschieden, aber im Großen und Ganzen sind wir dort. Es ist praktisch in fast allen westlichen Staaten ist die Armee zumindest als Teil mobilisiert, auch in Amerika, um natürlich jetzt einerseits mitzuhelfen im Gesundheitssystem, bei der Nahrungsmittelversorgung, bei der Energieversorgung, aber natürlich auch um sicherzustellen, dass es einerseits keinen sogenannten Civil Unrest gibt, also Bürgerkrieg, und dass sich auch die Leute in die Ausgangssperre halten und keine Corona-Partys veranstalten, wie ich das schon manchmal gehört habe. Es gibt ja genügend Leute, die sind dann noch stodum und machen das. Also, das ist da, aber in solchen Situationen hat der Staat weitreichende Befugnisse. Und jetzt ist natürlich der Fall, was niemand weiß, was auch niemand heißt. Also wenn du jetzt mal unter 10.000 Euro Gold gekauft hast, weiß halt niemand. Und wenn du Hash hast, physischen, weiß auch niemand. Wenn du Rolexuren hast, weiß grundsätzlich auch niemand. Und ich sage mal, es hängt natürlich immer sehr stark davon ab, was auch allfällige Strafen bei der Verletzung sind. Ich meine genauso, wenn du jetzt sagst, ich will spazieren gehen und die Strafe ist 50 Euro oder 100 Euro, dann zahlst du das. Wenn die Strafe 10 Jahre Gefängnis ist, dann wirst du das nicht machen. Dann sagst du, okay, im schlimmsten Fall, wenn du das Golf hin jetzt beschlagen hast, dann zahlst du 10.000 Euro, dann wirst du das vielleicht machen. Wenn du da für die Todesstrafe steht und ein 20 Jahre Gefängnis, wirst du das nicht machen. Das heißt, das hängt natürlich auch davon ab, wie die Strafgestaltung ist. Tendenziell ist sie jetzt noch sehr mild, aber das kann sich sicherlich ändern. In Österreich ist es eher milder, in Deutschland ist es strenger, in der Schweiz auch. In Amerika sind es ganz hapig und streng. Aber diesbezüglich sind viele Dinge möglich. Es muss da klar sein, dass jetzt auf jeden Fall die Zentralbanken gemeinsam mit den Staaten hoffentlich in der Lage sind, in einer koordinierten Aktion einerseits die Wirtschaft halbwegs in Schwung zu halten. Das heißt, es wird große Budgetdefizite geben. Der Staat muss sich sehr groß verschulden und im Prinzip kann dann die Notenbank direkt die Staatsanleihen kaufen. Das heißt, das ist dann eigentlich eine klassische Finanzierung über die Notenpresse, die in der Vergangenheit zu Hyperinflation geführt hat. Das heißt jetzt noch nicht, dass es sofort Hyperinflation gibt, weil, nennen wir es mal so, selbst die Mengen, wenn du jetzt beispielsweise sagst, 1000 Milliarden Euro oder Dollar Konjunkturprogramm, ist weniger als die Marktkapitalisierung von Apple an der Spitze. Also man sollte hier auch die Kirche im Dorf erlassen und deswegen wird es zwar Inflation geben oder Geldentwertung, aber vielleicht noch keine Hyperinflation, aber je nachdem, wie viel Geld gebraucht wird, um die Banken, die Airlines, die Autoindustrie, die Tourismusindustrie, die Hotels und die Geschäfte und weiß Gott noch was, alles zu retten und natürlich vielleicht auch Programme geben, Arbeitslosigkeit, Arbeitslosenversicherung und ähnliches und gleichzeitig nehmen wir es mal so, die Steuernahmen werden natürlich jetzt massivst wegbrechen, sicherlich mal um 20, 30, 40 Prozent Steuereinbruch, die Körperschaftssteuer wird drastisch sinken, die Umsatzsteuer wird sinken, wenn nichts mehr konsumiert wird, die Tourismusabgaben fallen auf null, die Lohnabgaben bei höherer Arbeitslosigkeit sinken, natürlich die Gehälter fallen, das heißt, die Staaten werden vermutlich Defizite zwischen 5 und 10 Prozent des Bruttonationalprodukts fahren müssen, vielleicht auch 15 Prozent und hier ist natürlich, entweder können sie Staatsanleihen noch verkaufen, die Nachfrage ist teilweise natürlich schon da, weil natürlich, wir haben ja gesehen, Deutschland hat bis jetzt es geschafft, durch die Negativverzinsung Geld, also durch die Aufnahme von Schulden Geld zu bekommen, also Negativzinsen, und bei anderen Ländern war das auch der Fall, ich schätze, Länder wie Deutschland werden sich etwas leichter tun als andere, beispielsweise Griechenland oder Italien werden sich deutlich schwieriger tun, weil dort werden die Zinsaufschläge deutlich höher werden, also die Risikoprämie, die ein Investor verlangt, um eine italienische Staatsanleihe oder eine griechische Staatsanleihe zu haben, werden sicherlich deutlich höher sein und bei solchen Staaten wird vermutlich die Notenbank das kaufen müssen, auch in Amerika ist die Frage, kann Amerika diese Staatsanleihen normal verkaufen, am Markt gibt es Nachfrage dafür, nach sogenannten US Treasuries oder muss halt die Notenbank mit einsteigen, das geht grundsätzlich, es erfordert aber sicherlich auch eine konzertierte Aktion der Politik und die Europäer sind nicht immer einig, Nordeuropäer haben wenig Lust, italienische und spanische Defizite zu finanzieren, was sie jetzt aber wirklich machen müssen, weil ansonsten ist Italien und Spanien pleite, deren Haupteinnahmequelle der Tourismus fällt weg, also da muss man einfach dazu sagen, ohne EZB-Spritzen sind die pleite und auch in Amerika gibt es einen sehr zerstrittenen Kongress, was man ja gesehen hat, Demokraten und Republikaner hassen sich, wie die Pest, die Frau Nancy Pelosi hat die Rede vom Trump zerrissen und jetzt muss man sich darauf einigen, den Coronavirus zu bekämpfen im Wahlkampfjahr für die Präsidentschaft und gleichzeitig womöglich koordinierte fiskalpolitische Maßnahmen setzen, also wie eben Rettungspakete für die ganzen Firmen, also ich sage mal, das wird sehr sehr schwer und da ist die Frage, funktioniert das so? Grundsätzlich hätte Amerika nicht die Möglichkeiten und die Zentralbanken, auch die Fed kann natürlich, wie gesagt, die Staatsanleihen durchaus kaufen, auch ein Ameriker hat da mit, der Romney jetzt schon auch die Idee von Helikoptergeld in die Welt gesetzt, also dass man jeden Amerikaner 1.000 Dollar überweist, auch das ist durchaus eine Möglichkeit, wenn man jedem Amerikaner Helikoptergeld überweist, vielleicht geben die Leute dann mehr aus, aber es kann zumindest in der Notsituation, wenn Leute keine Jobs haben oder keine Gesundheitsbehandlung, vielleicht durchaus, wenn wir es mal den Leuten helfen, das nächste, was natürlich auch sein kann, also das halte ich für wahrscheinlich, dass zumindest Amerikaner und vielleicht auch bald in Europa sogenanntes Helikoptergeld geben wird, das heißt die Zentralbank überweist direkt den Menschen das Geld, auch das ist eine Finanzierung durch die Notenpresse, auch da heißt es noch nicht, dass Superinflation gibt, aber wir sind sicherlich, nennen wir es mal so, am Limit der monetären und fiskalpolitischen Maßnahmen da, in China ist das etwas besser, weil die werden besser koordiniert und auch besser, nennen wir es mal, manipuliert, da es halt in China nur eine Partei gibt und starke Zensur, dort geht das etwas leichter und China hat auch noch positive Zinsen, also China tut sich auch schwer, aber hat hier noch etwas mehr Möglichkeiten und in Europa hängt es jetzt eben davon ab und nach meiner Einschätzung sollten die fiskalpolitischen und Zentralbankmaßnahmen möglich sein, das Problem zu lösen, aber es darf halt in so einer Situation nichts schief gehen und es darf nichts politisch schief gehen, es darf nichts in der Infrastruktur schief gehen, es dürfen nicht Länder einfach kollabieren, es kann auch passieren, natürlich in diversen Entwicklungsländern in Afrika, in Lateinamerika oder Ähnlichen, dass dort auch rasierende, nennen wir es mal, Infektionen sind, von Corona und massive Todesfälle, weil natürlich diese Länder überhaupt keine Möglichkeiten im Gesundheitssystem oder in der Hygiene haben und auch nicht die Möglichkeit haben, was heißt denn Ausgleichverbot in Leuten, die halt gar kein Zuhause haben, das ist auch in Amerika ein wenig ein Problem bei Homeless, das heißt, ich sag mal, da drohen uns noch viel, viel Ungemach und eines muss euch schon klar sein und deswegen bin ich auch nicht ganz optimistisch, es gibt eine gute Chance, dass man durchstehende ist deutlich über 50%, aber wenn einer der Steine kippt, die ich vorher gesagt habe, nämlich die Finanzmärkte, die Internetversorgung, die Nahrungsmittelversorgung, die politische Stabilität, die Energieversorgung und ähnliches, dann droht uns Armageddon, weil nachher ein Stein nach dem anderen fällt, dann droht uns wirklich Armageddon und dann droht uns ein womöglich globaler, Bürgerkrieg, Anarchie und Kollaps des wirtschaftlichen, gesellschaftlichen, gesundheitlichen, operativen Lebens auf der gesamten Welt, was es in dieser Situation vermutlich so noch nie gegeben hat, der Zweite Weltkrieg war vielleicht die schärfste Version dessen, aber es droht uns viel Größeres umgemacht, glaube ich, wenn dieses Experiment aus irgendwelchen Gründen grob scheitert. Ich hoffe da nicht, dass es der Fall ist und ich hoffe auch, dass wir es mal deswegen macht es auch Sinn, sicherlich sich an diese mühsamen Quarantänemaßnahmen zu halten, so schmerzhaft sie sind, aber ich glaube, nur durch einen Zusammenhalt aller in der Gesellschaft und durch, nennen wir es mal, entsprechende ruhig halten der Leute, wie auch in einer ruhigen Hand der politischen, nennen wir es mal, Führungskultur, werden wir in der Lage sein, so ein System, so einen Kollaps abzuwenden. Und ich hoffe, dass das reicht. Es kann euch niemand garantieren, eben, dass das reicht. Und Gnade uns Gott, wenn das Vertrauen in die Staaten und die Regierungen und die Zentralbanken, nennen wir es mal, nicht mehr vorhanden ist, dann Gnade uns Gott, im wahrsten Sinne des Wortes, dann haben wir einmal Geld. Also das möchte ich euch schon sagen und dieses Restrisiko wird jeden Tag leicht größer, obwohl es noch immer sehr klein ist. Aber it's not impossible. Und deshalb muss man schon sehr, sehr, sehr wachsam sein und in solchen Situationen ist alles möglich, wirklich von Beschlagnahmungen, Anarchie, Zwangshypotheken auf Immobilienenteignungen und allen möglichen Dingen, dass es sicherlich im Worst-Case-Szenario, dass man die Sache nicht in den Griff bekommt und dass sich der Kollaps auch in der Wirtschaft, in der Politik, im Gesundheitswesen und in der Infrastruktur verselbstständigt, nennen wir es mal, dann ein realistisches Szenario. Im guten Szenario, was ich für wahrscheinlich halte und wo es derzeit auch danach ausschaut, ist es sicherlich so, dass wir kurzfristig mal eine Deflation haben werden, das heißt insgesamt eine Preissenkung Mangels Nachfrage, weil also beispielsweise bei Flugflügen gibt es keine Nachfrage nach Laufhäusern, wird es derzeit kaum eine Nachfrage geben nach Automobilen, wird es kaum eine Nachfrage geben und ähnliches. Andere Märkte wie Immobilien werden vor allem austrocknen, das heißt es gibt keine Liquidität, wenn du eine Wohnung verkaufen willst, fliehst du keinen Käufer oder nur zu ganz drakonisch niedrigen Preisen oder Verkäufer nicht verkaufen wird und nicht alle Immobilienbesitzer sind hoch geleveraged, es gibt auch Leute wie mich oder es gibt Pensionskassen und Versicherungen, die durchaus auch sich leisten können Immobilien einfach zu behalten und zu warten bis die Krise vorüber ist, das heißt der Markt wird eher austrocknen als kollabieren meiner Meinung nach, aber wiederum das unter der Voraussetzung, dass das Finanzsystem und auch das sonstige System hält, niemand weiß was da passiert und es ist auch möglich dass Börsen schließen, auch das hat es in der Vergangenheit durchaus gegeben, dass Börsen geschlossen haben, das gab es in Kriegszeiten im Ersten und im Zweiten Weltkrieg, es gab es auch wie das World Trade Center zusammengestürzt ist und es gibt eben wenn eine Börse nicht operativ sein kann, weil sie beispielsweise angezündet wird, bombardiert wird, nehmen wir es mal aufgrund einer Epidemie die Führungsmannschaft nicht mehr funktioniert oder eben auch es sich keine Preisbildung mehr machen lässt, weil so viele Verkäufer sind und niemand kauft, das heißt das totale Vertrauen dem Markt nehmen wir es mal weggefallen ist, dann kann eine Börse auch geschlossen werden. Auf der anderen Seite können wir auch theoretisch Zentralbanken Aktien kaufen, was aber paradoxerweise zur Folge hätte, wenn man jetzt sowohl die Zentralbanken Aktien kaufen als auch die Staaten womöglich Firmen unterstützen und auch Aktien übernehmen, kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir dann fast kommunistische Zustände halten, weil dann hätte womöglich der Staat und die Zentralbank gemeinsam vielleicht die Mehrheit an sehr vielen Taxunternehmern, also an Banken, an Versicherungen, an Hotels, an Fluglinien, an Handelsgeschäften, weiß Gott, was allen, oder der Automobilindustrie und die Frage ist, wie man das dann wieder vernünftig auflöst. Dafür gibt es auch ein ameriker Case-Stadis, dass dann eben der Staat und vielleicht die Zentralbank wieder ihre Anteile in guten Zeiten veräußern und einen Gewinn machen. Das ist durchaus realistisch, das hat es in der Vergangenheit gegeben, aber ich sage euch nur mal so, das wäre dann die Perversion des Systems, wo eigentlich durch diese, nehmen wir es mal staatlichen Maßnahmen, wir eigentlich eine effektive Verstaatlichung der Wirtschaft hätten. Es gibt natürlich auch andere staatliche Maßnahmen, dazu zählen beispielsweise direkte Subventionen, das heißt, der Staat kann beispielsweise einfach in der Industrie Geld geben, als, nehmen wir es mal so für den Geschäftsausfall, beispielsweise bei den Airlines, der Staat kann auch Kreditgarantien abgeben, dass er sagt, okay, du Bank, gibst dem Unternehmen einen Kredit, du würdest das normal nicht geben, weil es zu riskant ist, wir haben eine Ausfallshaftung und wenn, nehmen wir es mal, das Unternehmen bankrott geht, zahlt der Staat die Rechnung. All diese Tools werden jetzt angewendet werden und ich sehe, wie gesagt, jetzt kurzfristig auf jeden Fall eine Deflation, weil natürlich der Nachfrage in weiten Teilen der Wirtschaft zusammenfällt, wenn die gesamte westliche Welt, wenn man es mal in Homeoffice, in Quarantäne steckt, wird zumindest in gewissen Branchen die Nachfrage auf Null sinken an den anderen Branchen die Nachfrage zwar nicht auf Null sinken, aber doch vielleicht sich reduzieren und das drückt natürlich auf die Preise und dann wird es vermutlich kombiniert durch weniger Wettbewerb, durch den Wegfall von vielen Mitbewerbern und kombiniert auch mit der großen Geldmenge, die vielleicht durch Helikoptergeld noch zusätzlich angefacht wird natürlich dann eine starke Inflation geben. Jetzt überleg dir mal, wenn beispielsweise jetzt jeder 100.000 Euro überwiesen bekommen würde, nur als Beispiel, wenn es vielleicht illustrativ ist, wie viele Leute sich dann plötzlich an AMG Mercedes anzahlen würden und ähnliches. Und wenn halt zu viele Leute an AMG Mercedes wollen und es gibt nicht genug, dann steigt der Preis. So einfach ist das. Und wenn jetzt plötzlich zu viele Leute Business Class fliegen wollen und es gibt halt nicht die Business Class Sitze, dann steigt der Preis. Und wenn jetzt plötzlich die Leute alle zum Sternekoch gehen wollen wie ich und es gibt nicht genügend Plätze, dann steigt der Preis. Genauso wie in Krisenzeiten der Preis steckt, wenn eben nicht genügend Gesundheitsbetten da sind oder nicht genügend Wasser, dann steigt entsprechend der Preis exponentiell. Und das meine ich, dass die Kombination aus Deflation, kurzfristig und mittelfristige Inflation eine durchaus realistische ist und dafür eignen sich natürlich harte Assets und mittelfristig natürlich auch Aktien. Staatsanleihen sind dafür unbrauchbar. Das Einzige ist, Staatsanleihen eignen sich hervorragend, um eben eine Bankenpleite zu überstehen, aber sie eignen sich nicht gegen den Schutz vor Inflation. Vielleicht eine Sache, die in dem Ganzen noch immer etwas untergegangen ist, aber wie ich immer wieder gepredigt habe und auch meinen Seminarteilnehmern und Fans immer wünsche, ist, habt viel Betongold, aber habt auch digitale Assets, also digitale Vermögenswerte und wenn du heute sogenannte digitale Vermögenswerte hast, wenn ein Unternehmen digital ist, gehörst du zu den Gewinnen dieser Situation. Also wir als Unternehmen, wir merken noch relativ, im Investmentbanking wäre ich einen drastischen Geschäftsrückgang, aber im Bereich der digitalen Vermögenswerte und der Online-Verkäufer merke ich eher eine Zunahme, ganz arg ist es bei Computerspieler Herstellern beispielsweise oder Netflix oder ähnliches, weil natürlich die Leute jetzt in ihrer Freizeit entweder Computerspiel Netflix schauen oder saufen oder das vielleicht sogar in einer entsprechenden Abfolge. Also ich glaube, was ich schon mitbekommen habe, geht auch der Alkoholkonsum durchaus in die Höhe, wenn Leute eingesperrt und depressiv und angstheißig sind, dann fließt halt der Alkohol in Strömen, also das glaube ich durchaus der Fall, aber man sieht, dass digitale Assets die meisten Krisen überdauern, weil jetzt beispielsweise auch meine Reichweite und meine Videos und meine Skripten und das, was ich habe, dass dieses sogenannte geistige Eigentum übersteht eine Bankplatte, übersteht auch allfällige staatliche Requirierungsmaßnahmen aus, es kommt eine Einschränkung der Meinungsfreiheit oder ähnliches oder eine Zensur und übersteht auch die meisten sonstigen Krisen und wird vermutlich mit großer Wahrscheinlichkeit gestärkt aus dieser Situation hinausgehen und so geht es gegen sehr viele Firmen, die digitale Vermögenswerte haben. Nicht alle, beispielsweise im Tourismus, natürlich leidet jetzt auch Booking.com dramatisch, wenn die Leute keine Hotels buchen, gibt es auch keine Provisionen, aber Booking.com als Plattform wird sich viel schneller erholen, als Hotels, die jetzt Personal freistellen müssen, Gebäude instand halten und ähnliches, die haben viel größere Schwierigkeiten als eine digitale Plattform. Auch Airbnb wird auch leiden, aber das erholt sich viel schneller, weil am Ende hat Airbnb nicht allzu viele Kosten im Verhältnis, wenn man es mal zu klassischen, wenn man es mal Ferienvermietern und ähnliches. Das heißt, die Kombination aus Betongold, das natürlich in einer inflationären Phase hilfreich ist, solange es keine staatlichen Zwangsmaßnahmen gibt, mit digitalen Vermögenswerten, ist sicherlich eine sehr, sehr gute Absicherung, in solchen Situationen und dazu natürlich auch Cash, der ist gerade in Krisensituationen sehr, sehr gut und dazu natürlich auch Gold und Bitcoin muss man fairerweise sagen, hat sich zumindest bis jetzt nicht als globale Krisenwährung bewährt und es ist jetzt auch eine substanzielle Korrektur hineingegangen, aber das könnte sich trotz allem noch ändern, wenn das Vertrauen der Währung erlischt und wenn vielleicht, nehmen wir es mal, die Möglichkeit, in einer alternativen Form zu zahlen, vielleicht notwendig werden sollte. Das heißt, meine Empfehlung an euch, bitte seid nach wie vor vorsichtig, haltet euch an diese Ausgielverbote, das heißt nicht, dass man nicht alleine an der frischen Luft gehen kann, aber bitte macht es keine Homepartys und tut es euch jetzt nicht niedersaufen, nutzt die Zeit vernünftig, um euch weiterzubilden, was sicherlich manchmal schwierig ist, sich in so turbulenten Zeiten zu konzentrieren, aber macht es das, bleibt es vor allem gesund, versucht es den Kontakt von alten Leuten eher fernzuhalten oder auf digitale Medien umzustellen und ernährt euch gesund und beobachtet die Situation genau, holt euch vielleicht ein bisschen der Cash von der Bank, kauft vielleicht noch ein bisschen der Gold und seid auch bereit, wie gesagt, vielleicht mit den 10 in die Aktienmärkte, insbesondere auch was die großen Technologiewerte betrifft, mal hineinzufühlen, um mal positioniert zu sein, wunderbar mal, ich sage mal, immer oft psychologisch ist oft der erste Schritt, mal auch eine Kleinigkeit zu kaufen, der größte und wenn man das mal getan hat, ist man mal auch bereit, immer wieder was zu machen, genauso wie ich sage, jetzt habe ich mal in meiner Nahwohnung und das werden erst mal eine und dann kaufst ihr auch die zweite und die dritte und die vierte, wenn es ein Geschäft ist und so sehe ich es auch an der Börse, selbst wenn du jetzt auf die kleine Position noch vielleicht 30% verlierst, was sein kann, aber nicht sein muss, bist mal drinnen und bist bereit, was zu tun, aber noch einmal, das kann noch ordentlich hinuntergehen, aber manche Firmen beginnen billig zu werden, viele Firmen sind es teilweise, fairerweise noch nicht und manche Firmen werden natürlich in Form eines staatlichen Bailouts oder ähnliches, also ich habe halt gelesen, die großen Airlines werden beispielsweise NMI out of cash sein und auch mit einem staatlichen Bailout müssten dann deren Kurs alle unter 1 sein, nur so als Hinweis. Also da kann auch noch einiges hinuntergehen, auch bei der Automobilindustrie, auch da kann noch durchaus einiges hinuntergehen, aber ich würde wie gesagt mal die 10 hineinstecken, bitte niemals auf Leverage, also wer sowas tut, ist ein Vollidiot zum Quadrat in solchen Situationen, bitte das vermeiden und auch beim Short-Kin bitte vorsichtig sein, Short-Kin ist etwas für Profis, wenn man Short geht, kann man mehr als ein eingesetztes Kapital verlieren und die Märkte sind hochvolatil, insbesondere bitte nicht mit CFDs oder ähnlichen Dingen Short-Kin, wo man nur eine sogenannte Margin hinterlegen muss, das heißt, wenn du beispielsweise für 100 Dollar Aktien musst du nur 10 Dollar hinterlegen, aber die Leute glauben dann, 10 Dollar, nehmen wir es mal, ist die Position, die sie haben, sind aber Position von 100 und wenn der Markt 20% hinauf geht, ja, was manchmal auch sein kann in solchen Märkten, wenn sie mal 20% runter gehen, geht auch mal 20% rauf, das habt ihr schon letzten Freitag gesehen, dann kann das natürlich recht negative Folgen haben, weil du mehr als ein eingesetztes Kapital verlierst, das auch bitte hier, kann ich euch nur entsprechende Vorsicht walten lassen. Automobilindustrie sehe ich derzeit ganz, ganz kritisch, weil ich hier gefragt werde als Tesla-Fahrer, also, wie gesagt, es gibt sicherlich bessere Industrien, derzeit wird ja alles abverkauft, aber ich sage mal so, ein Apple, ein Microsoft, ein Facebook, ein Google, solche Firmen, die wird es weiterhin geben, unabhängig jetzt, was passiert, die werden auch durch die Krise eher gestärkt gehen, die sind Monopole und wären natürlich jetzt Automobilkonzerne, die können alle bis zum B-Laut gehen, weil eben, abgesehen von dem langfristigen Krisenmodus der Automobilindustrie, die sich durch die Umweltgesetze und alles ergeben, dass das Auto nicht mehr so ein Statussymbol ist, die öffentlichen Nahverkehrszüge und die Fernverkehrszüge besser werden und Carsharing-Modelle kommen, ist trotzdem natürlich, dass jetzt etwas, was in einer Rezession wird auch niemand so schnell einen Tesla kaufen, also das muss man auch dazu sagen, auf Amazon werden die Leute schnell wieder bestellen. Meine Kryptos, welche Kryptos außer Bitcoin mit Potenzial, jetzt werde ich noch ein paar Fragen dann beantworten, ja, übrigens eine Sache, die ich auch noch vergessen habe zu erwähnen, noch funktionieren Baustellen, aber es ist anzunehmen, dass das nicht mehr lange passiert, weil natürlich auch auf Baustellen gibt es natürlich gewisse Menschenansammlung bei der Anreise in der Bauhütte, auch auf der Baustelle selbst, also noch funktionieren sie, ich würde aber jetzt, wenn ich neue Bauaufträge vergebe, das nur in Notfällen machen, Nummer 1, solltest du jetzt Liquidität horten und Nummer 2, kann dir die Baufirma am besten will nicht garantieren, dass sie die Arbeit noch durchführen kann, Nummer 1, kann sie kaum die Leute zwingen zur Arbeit zu kommen und es kann auch durchaus sein, dass eben durch die verschiedensten Gesetze und Regularien das nicht mehr funktioniert. Da meine ich, der Aktienkurs der Fluglinien muss unter 1 sein. Wenn es ein staatliches B-Laut geht, gibt es und die Fluggesellschaft liquid und insolvent ist, dann muss der Kurs sehr, sehr niedrig sein. Ja, es gibt noch einzelne Baustellen, die offen sind, wohlgemerkt, die sind noch nicht alle dicht, aber ich würde jetzt bei Bauaufträgen sehr, sehr vorsichtig sein. Tendenziell wird das in diesen nächsten Tagen beendet werden. Aktienansparpläne kann man einfach einrichten, bei fast allen Online-Bruckern auch automatisch und ansonsten kauft man einfach jedes Monat um dieselbe Summe eine Aktie, einen ETF oder einen Fonds. Vollkommen richtig, Bausträge lassen, Baustellen stillstehen, das sind natürlich schon ein paar Themen, es können natürlich auch Schäden auf der Baustelle passieren, gleichzeitig weiß noch nicht, ob die Baufirma überlebt und du hast natürlich auch zwei Themen, das eine ist, dass die Zinsen für die Kredite weiterlaufen und dass du meistens auch, nennen wir es mal, Liefertermine für die Wohnungen hast, wo sonst die Kunden vom Kaufvertrag zurücktreten können. Wenn jetzt jemand eine Wohnung gekauft hat, hat er einen, nennen wir es mal, Übergabetermin und da gibt es einerseits die Möglichkeit bei als Bauträger, dass wenn der Übergabetermin nicht geleistet wird, dass Penalen anfallen. Diese Penalen ist die Frage, ob man sie wegverhandeln kann aufgrund Force Majeure und also das heißt außerordentliche Naturgewalten, was in dem Fall wohl vielleicht möglich wäre und das zweite ist das Rücktrittsrecht von manchen Kaufverträgen vom Kaufvertrag und wenn du jetzt ein Bauträger bist und angewiesen bist, dass du die Wohnungen verkaufst und beispielsweise eben Leute zurücktreten und dann keinen neuen Käufer findest, dann bist du pleite. Gold bitte nicht im Schließfach. Wenn die Bank zu ist, kommst du nicht an den Gold. Also tendenziell kannst du, würde ich ein paar Deckwerte kaufen, würde ich tendenziell aufgrund ihrer monopolistischen, also alles was so ein natürliches oder faktisches Monopol ist, insbesondere in einer stark wachsenden Branche, kannst du Einzelwerte kaufen, weil die werden so schnell nicht pleite gehen und gleichzeitig die steigen stärker aus dem Markt und sonst eher den Markt kaufen. Wie gesagt, lustig wird noch trotzdem, weil aufgrund der Volatilität bei Ansparplänen die ganze Reisebranche und Tourismusbranche, die, wenn wir es mal, wird es ordentlich, sagen wir mal, die wird extrem volatil sein, aber auch da wird es Firmen geben, die es überleben. Das E-Commerce-Business boomt wie mehr als nie zuvor. Ja und nein, teilweise ja, aber es muss da auch klar sein, dass das vielleicht auch temporär ist, wenn die Leute beginnen, keine Jobs zu haben, wenn, wenn wir es mal, die Lieferungen nicht mehr so funktionieren, weil auch die Logistik hapert und ähnliches könnte auch im E-Commerce-Business, wenn wir es mal, Probleme geben. Also ich sehe es bei uns, also unsere Online-Kurse bei der Investmentbank-Academy verkaufen sich besser denn je, also wir sind sehr zufrieden und die Ad-Kosten sinken teilweise auch, also, ja, aber ich sage gleichzeitig, dass wir fahren mit sehr Limited Visibility, das kann ja noch auch anders sein, ja, wenn nicht der Bank Pleite macht und Hiobs Botschaften am Mars kommen und die Leute ihre Jobs verlieren, haben sie dann kein Geld mehr und wollen vielleicht nicht mehr kaufen. Also auch hier muss man realistisch sein, also wir haben auch Notfall-Szenarien, falls unsere Umsätze aus irgendeinem Grund wegbrechen, mangelst, nehmen wir es mal, Kauflust der Kunden oder Kaufmöglichkeit der Kunden oder wirtschaftlichen Problemfällen haben wir auch diesbezüglich Notfall-Pläne und wie immer bei einer Krise sollte man einerseits realistisch die Risken abschätzen, aber gleichzeitig auch auf das Eintreten von Risiken vorbereitet sein und so weit wir das können, werden wir das als Organisation tun. Wenn du das machst, wirst du deutlich erfolgreicher sein. Nur ein Thema, es gibt sicherlich ein Restrisiko eines Armageddons und auf das kann sich niemand wirklich vorbereiten, also dann gnade uns Gott. Und dieses Risiko wird leider derzeit jeden Tag etwas größer. Es ist klein, es ist im einstelligen Prozentbereich, im niedrigen, aber Schritt für Schritt vergrößert es sich leider noch nicht exponentiell, aber es ist bis jetzt nicht kleiner geworden, sondern es wird jeden Tag eine Spur größer. Beten wir alle dafür, dass es nicht kommt. Und du weißt, beten ist eigentlich nicht für die Wirtschaft, aber in dem Fall kannst du es nur machen. Cashflow ist kind, sagt der Christelle, der Sarah Christ, wie geht's dir auf Mallorca? Bist du auch schon in Quarantäne? Aber auf jeden Fall in solchen Krisenzeiten brauchst du Liquidität. Ich wiederhole es noch mal, Leute, die schlecht finanziert sind, die zu hohe Schulden haben, die zu hohe Lebenshaltungskosten haben, die gehen pleite. Und ich kann nur jedem appellieren, wenn du zu hohe Lebenshaltungskosten hast, senke sie auf der Stelle. Wenn du zu hohe Kosten in der Firma hast, senke sie auf der Stelle. Wenn du zu hohe Schulden hast, sofern das möglich ist, versuche sie zu reduzieren. Weil das kann dich in solchen Situationen wirklich zum Insolvenz führen. Und leider, wenn du Konsumgüter hast, die besonders teuer sind, wie Willen und Pferd und Leasingautos und ähnliches, die lassen sich leider nicht meistens so schnell abstellen. Das ist ein Problem. In der Firma kann man Kosten kürzen, Kurzarbeit wird auch derzeit viel angeboten. Auch Hündigungen muss man in solchen Situationen aussprechen. Auch sicherlich heilige Kühe schlachten. Und bitte lieber rascher als weniger rasch, weil das kann sonst die Existenz kosten, wenn ihr keine Reserven habt. Cash-Aktien in Traschen, ja, das heißt, du kaufst jedes Monat oder jede Woche um dieselbe Summe. Ist der Kurs oben, kaufst du weniger Stück. Ist der Kurs unten, kaufst du mehr Stück. Indizes einfach die größten Indizes der Welt. Und diese ETF sind auch normalerweise nicht so gefährdet. Ich sage mal so, auch bei ETFs gibt es immer Leute, die sagen ETFs brechen zusammen. Auch das hängt vom ETF ab. Ein ETF, der direkt Aktien besitzt. Also wenn der ETF den DAX nachbaut, ein BlackRock ETF und dieser BlackRock ETF besitzt die 30 DAX-Aktien pro Portional, dann selbst wenn irgendwas passiert, hat der ETF weiterhin die DAX-Aktien und kann, solange die Börsen nicht geschlossen sind, wenn du Geld brauchst und den ETF verkaufen willst, kriegst du den Kurs, der halt dem underlying ist, Minus der Gebühren. Wenn du aber einen sogenannten synthetischen ETF hast, ein synthetischer ETF ist, der irgendwelche Börsendinge nachbaut, meistens über eine Investmentbank oder anderen Finanzintermediär und dieser Finanzintermediär geht pleite, dann ist der ETF wertlos oder in großen Problemen. Nehmen wir mal an, 2008, dort ist ein ETF, der über synthetische Papiere, über Lehman-Brassers was nachgebildet hat, da hast du ein Problem gehabt. Wenn du direkt ein ETF hast, der direkt Aktien hält, ist das eigentlich relativ problemlos. Wie gesagt, ich kann euch wirklich nicht genau sagen, vielleicht kann man vielleicht sogar noch ein bisschen was nachkaufen, aber, wie gesagt, nur in homöopathischen Dosen. Also meiner Einschätzung nach ist das optimistische Szenario, dass diese ganze Crozier sechs bis acht Wochen dauert, dass unter der Annahme, dass sich die Virusverbreitung eindämmen lässt, sonst kann es auch zehn oder zwölf Wochen dauern, und auch unter der Annahme, dass in China oder in anderen Staaten keine großen Neuinfektionen kommt, beim Wiedererstarken der Wirtschaft. Also es ist auch durchaus die Möglichkeit, in manchen Ländern, dass Schulen und Unis bereits bis zum Sommer gesperrt sein werden. Aktien anleihen kannst du bei jedem Online-Broker kaufen. Was machst du in der Zeit, wo ich nicht vor die Tür darf? Also wir haben ja durchaus noch ein Programm, also wir haben beispielsweise Dealmaking Masterclass oder MBE, nehmen wir es mal, halten wir online ab, ich habe auch noch diverse Telefonate, ich mache Live-Chats mit euch, wie ihr seht, ich bilde mich weiter, ich muss auch noch Verträge und so weiter bearbeiten, das Geschäft so weit führen, wenn es Zeit ist, an die Börse auch zu handeln, ich gehe tatsächlich noch vor die Tür spazieren, da steckt man sich auch nicht an, die Straßen sind eh leer und Bewegung gehört auch dazu, also auch das mache ich noch. Also ich habe schon noch genug zu tun und zusätzlich, nehmen wir es mal, muss man sich auch einiges vorbereiten, in der nächsten Woche machen wir dann ein Webinar, wie man mit welchen verschiedenen Investment- Transaktionen in so einer Krise profitieren kann und wie solche Transaktionen genauer ausschauen. Also stay tuned, das kommt am 26. März, das heißt, all diese Dinge muss ich auch vorbereiten und wie ihr vielleicht kurz seht, da seht ihr vielleicht kurz so das Makeshift-Homeoffice für Webinare, dass ihr auch seht, auch der Gerald ist eben in Quarantäne zu Hause, jetzt überspitzt gesagt, das ist ja keine Vollquarantäne, aber eben praktisches Ausgehverbot. Tui hat auch schon Staatshilfe angestellt. Ja, also die Leute jetzt in Baumärkte gehen, wie gesagt, die Leute handeln irrational, keine, wie gesagt, ich meine, in der Innenstadt von Wien waren die Supermärkte fast leer, aber wie gesagt, manche Leute glauben auch jetzt, dass sie ihr Haus verschönern müssen, weil sie jetzt lange drin sind, eingesperrt, was auch immer. Also, ja, es gibt immer wieder verrückte Sachen, aber tendenziell, nehmen wir es mal, mit dem muss man rechnen. Also wie gesagt, Gold, wenn es eine Inflation gibt, wird tendenziell natürlich eher steigen. Also, Gold zu haben ist nicht schlecht, weil für den Notfall, das wirklich hart auf hart geht, oder eben auch, dass es eine sehr starke Inflation gibt, ist es besser, du hast ein wenig Gold. Und wenn es morgen wieder runter geht, mal schauen. Oft gibt es nach solchen Kreis schon eine Gegenbewegung, in Deutschland, in Europa und in Asien wird es vermutlich jetzt mal hinuntergehen nach diesem US-Blutbad, aber das kann sich wieder ändern. Da immer BMW-Fusion, Hunos, nicht ausgeschlossen. Wie gesagt, meine Meinung ist, dass wir zwar noch nicht den Botten gesehen haben, übrigens auch noch ein kurzes Kommentar, es macht keinen Sinn, Leute, zu hoffen, dass man den optimalen Einstiegszeitpunkt findet, den findet man nie und wenn nur durch Glück und da weiß man es gar nicht, sondern einfach, wenn man sagt, es ist etwas billig, dann kann man beginnen, was zu kaufen und dann halt, indem man es nicht alles auf einmal macht und sein ganzes Pulver verschießt, ist man natürlich entsprechend gestreut und dann kauft man insgesamt ein, wenn es unten ist. den Tiefstpunkt findest du so und so nicht. Das zur Info. Und Verlust minimieren und also verkaufen und später wieder einsteigen, ich kann es ja nicht genau sagen, aber wie gesagt, nach meiner Einschätzung, wir haben zumindest einen signifikanten Teil des ersten Crashes gesehen, aber wir sind in Uncharted Territories und die Märkte spielen verrückt, also tendenziell, glaube ich, es kann schon auch ordentlich runtergehen, aber es wird Zeit, sich zu positionieren, aber erst mit großer Vorsicht. Wie gesagt, hier ist ja die Frage, erfüllt Insolvenz? Aus derzeitiger Sicht nein, aber wie gesagt, wenn wir eine ungünstige Entwicklung haben und das Ganze wesentlich länger dauert, also wie gesagt, auch der Shutdown, dauert er zwei Monate, kann das die Wirtschaft überstehen, aber dauert er, wenn er jetzt, das Beispiel Shutdown im Sommer, allein, jetzt überlegt sich mal, was ein Shutdown im Sommer für Probleme hat, verursacht. Nummer eins aber, Energieprobleme, weil die meisten Häuser sind nicht klimatisiert, was machst du, wenn die Leute nicht rausgehen können im Sommer, die werden krank, weil es zu heiß ist, was machst du dann mit den Lebensmitteln, wenn das nicht mehr so funktioniert, so aus, die verderben dann und so weiter, also da ist dann mal ganz banale physische Probleme, wenn das länger dauert. Und das andere Thema ist natürlich dann auch, wie lange kannst du die Menschen ruhig halten und welchen Einfluss hast du auf die Wirtschaft wirklich, also wenn jetzt zwei Monate mal kein Umsatz ist, okay, jetzt ein solides Restaurant steht das durch und dann kommen die Leute relativ schnell wieder essen, weil Essen ist so Grundbedürfnis, also Essen, sagen wir mal so, selbst in einem Kriegsgebiet das erste, was auch macht, sind Kaffeehäuser, Bars und Restaurants, das geht relativ schnell, also die ersten Magshifts-Cafés in Bagdad oder in Damaskus, die sind ziemlich schnell nach dem Krieg wieder irgendwie gekommen, also die sind schnell, am schnellsten gekommen, das heißt noch lange nicht, dass du auf Urlaub fährst, das heißt noch lange nicht, dass du Auto kaufst oder ähnliches, aber das sind so Grundbedürfnisse, aber wenn jetzt natürlich eine sechsmonatige oder fünfmonatige, nehmen wir es mal, Wegfall des Geschäfts, gnadet die Gott, da halten wir nur wenige Reste raus aus, das ist halt bei den Airlines, die starken Airlines, wenn das jetzt zwei Monate dauert und nachher wieder langsam losgeht, das halten sie auch, also bei sechs Monaten hält keine Airline aus, also wenn die Sommer-Saison nicht greift, sind sie kaputt, selbe Hotels und da kannst du halt die Liste fortsetzen, welche Firmen das alles nicht mehr aushalten und diese Liste wird sehr schnell exponentiell länger, je länger es dauert. Zwei Monate ist machbar, sechs Monate, I don't know, vier Monate, maybe, aber schon sehr schwer und auch zusätzlich natürlich dann arbeiten die Mitarbeiter ordentlich und produktiv, weil Homeoffice ist natürlich auch so eine Sache, in manchen Bereichen geht das irgendwie, aber es ist natürlich schon noch einiges an Produktivität weg, irgendwann musst du dich wieder mal treffen, irgendwann musst du auch Leute physisch wieder wohin fahren, also ich sag mal, wenn es zwei Monate oder sechs Wochen dauert, dann wird man das überstehen, mit Schmerzen und mit Bauchweh und mit Insolvenzen und staatlichen Bailouts und alles, aber jeder Tag, der dann zusätzlich kommt, tut sowohl, was die Bevölkerung betrifft, weh, als auch, nennen wir es mal, was die wirtschaftliche Sache weh und zwar exponentiell, also ich glaube, je länger das dauert, da wirst du viele, viele Probleme bekommen, also da weißt du auch nicht, was passiert, das meine ich eben, wie ein Uncharted Territory ist und da kann nur noch viel nachkommen. Auch private Themen, jetzt abgesehen von der Hitze im Sommer, aber jetzt überleg dir mal, wenn Leute auf engem Raum sind, ich meine, nicht jeder hat den Luxus zu sein, allein auf 150 Quadratmeter lebt und wie ich, aber jetzt überleg dir mal, was da plötzlich für Streitereien kommen, ich meine, natürlich im Notfall frisst mal der Teufel fliegen und ein, zwei, drei Wochen, vier Wochen, na irgendwie wurschtelt er sich rum, aber wenn das länger dauert, Streit, Zwietracht, Ärger, Gewalt und ähnliches, also das sind ja dann Sachen, die darfst du auch in der Detailanalyse nicht unterschätzen, das heißt, es gibt neben den großen Themen auch eine Vielzahl von Detailthemen, die jedes für sich wieder eine Explosion auslösen kann, auch in der Wirtschaft und deswegen meine ich, also wenn das sehr viel länger als sechs bis acht Wochen dauert, dann haben wir ein großes Problem und dann werden die Börsen auch nochmal ordentlich fallen, dann wird es richtig krachen, wie es im Gebälk und wie stark und ob die Systeme halten, I don't know. Hält eine Notenergieversorgung, eine Notnahrungsversorgung, eine Notstaatliche Versorgung, eine irgendwie Gesundheitsversorgung, ein Notbetrieb von Banken, Versicherungen und ähnliches, von Gerichten, hält das vier bis sechs Monate? Da würde ich mir große, große Fragezeichen stellen. Ich glaube nicht. Ich glaube ja, sechs Wochen, acht Wochen reicht. Die meisten Leute haben, die gescheit sind, haben wir jetzt alleine schon, aber vielleicht vier bis sechs Wochen mal Essen zu Hause. Also irgendwie, das kriegt man hin. Aber sechs Monate wird ein bisschen troublesome. Und ich glaube, die Antwort darauf lässt sich sehr, sehr rasch finden. Man wird sehen, jetzt die Inkubationszeit, zumindest in der Theorie, ist zwei Wochen. Das heißt, wenn man sieht, dass sich die Anzahl der Neuinfektionen in den nächsten zwei Wochen deutlich reduziert, durch die entsprechenden Maßnahmen, dann sieht man, das greift und nach sechs bis acht Wochen kann man es vielleicht wieder lockern. Und die zweite Sache sieht man in China, gibt es wieder, wenn die Wirtschaft zum Laufen kommt, in die Quarantäne Maßnahmen aufgeweicht werden, gibt es wieder viele neue Ansteckungen oder gibt es keine neuen Ansteckungen. Und ich glaube, diese Sache wird man in den nächsten zwei Wochen sehen. Hoffentlich geht es gut. Dann werden auch die Börsen irgendwann sich beruhigen. und wenn es schlecht geht und wenn das Experiment hier scheitert, dann gnade uns Gott. Dann wird es noch richtig, 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 richtig krachen. Und zwar wirklich vom kleinsten Detail im Zusammenleben einer Familie bis hin zu den Finanzmärkten im großen Stil und auch den staatlichen Einrichtungen und den Unternehmen. Weil, wie gesagt, du stretchst die Dinge eine Limite. Und irgendwann, wenn du halt das Gummiringer zu lang stretcht oder den Gummi irgendwann zerreißt, und das kann in diesem Fall bleiben. Es sind auch so viele Fragen, ich werde euch noch 15 oder 10 Minuten zur Verfügung stehen, weil Instagram sagt, die Stunde ist schon vorbei. Ich gehe nachher mal kurz aufgrund der großen Nachfrage noch mal live. Danke für Ihre vielfache Teilnahme und für Ihre aktive Mitwirkung. Es sind ja so viele Fragen und ich freue mich immer, dass ich euch zumindest meine Sichtweise oder Dinge geben kann, die vielleicht sicherlich bei Weitem nicht vollumfänglich ist, aber zumindest vielleicht euch helfen kann, euch in diesen Zeiten zu orientieren. Bis gleich!